Willkommen zu einem neuen Teil vom Mitlern-Quiz für den Muskeltest. Dieses Mal geht es um die obere Extremität. Als erstes schauen wir uns Aussagen zur Rotatorenmanschette an. Erste Frage, der Musculus Teresmaio und der Musculus Teresminor gehören beide zur Rotatorenmanschette. Nächste Aussage, der Musculus Supraspinatus macht eine Außenrotation. Nächste Aussage, der Musculus Infraspinatus entspringt aus der Fossa Infraspinata. Der Musculus Subskapularis entspringt aus der Fossa Subskapularis. Und der Musculus Subskapularis macht eine Innenrotation. Macht auch der Musculus Infraspinatus eine Innenrotation? Und stimmt es, dass der Musculus Teresminor eine Außenrotation macht? Jetzt geht es um die Muskeln der Skapula. Welche haben entweder Ursprung oder Ansatz auf der Skapula? Musculus Teresmaio und Musculus Teresminor haben ihren Ursprung an der Skapula. Musculus Deltoideus, Musculus Trapezius sowie der Musculus Rhomboideusmaio und der Musculus Rhomboideusminor haben entweder Ursprung oder Ansatz auf der Skapula. Der Musculus Serratus Anterior, der Musculus Levator Skapula haben ihren Ursprung oder Ansatz auf der Skapula. Wie steht es mit dem Musculus Scalenus Anterior, dem Musculus Sternocleidoi Mastoidius und dem Carput Longum vom Bizeps Femoris? Haben die Ursprung oder Ansatz auf der Skapula? Kommen wir zum Musculus Trapezius und Deltoideus. Welche Aussagen sind korrekt? Die Pass Descendens des Trapezius setzt dort an, wo die Pass Claviculares des Musculus Deltoideus entspringt. Nächste Aussage. Die Pass Transversa des Musculus Trapezius setzt am Margo Medialis an. Nächste Aussage. Der Deltoideus setzt am Tuberculum Maius an. Die Pass Claviculares des Deltoideus macht eine Abduktion. Nächste Aussage. Der Musculus Deltoideus kann für manche seiner Funktionen sein eigener Antagonist sein. Der Musculus Trapezius entspringt mit seiner Pass Ascendens von den Prozessi Spinosi von TH4 bis TH12. Nächste Aussage. Die Pass Transversa des Trapezius kann die Schulter zurückziehen. Und die letzte Aussage. Die Pass Spinalis des Deltoideus macht eine Retroversion und Außenrotation. Schauen wir uns noch ein paar Aussagen zu den Muskeln des Schulterblattes an. Der Musculus Romboidius Maior und der Musculus Romboidius Minor ziehen zum Margo Lateralis der Scabula. Nächste Aussage. Die Pass Transversa des Musculus Trapezius zieht die Scabula nach unten und macht eine Innenrotation. Nächste Aussage. Der Musculus Serratus Anterior fixiert die Scabula am Thorax und dreht die Scabula, eine Voraussetzung für Antiversion und Elevation, und er ist auch ein Atemhilfsmuskel. Nächste Aussage. Der Musculus Levator Scabula hat seinen Ursprung an den Querfortsetzen 1 bis 4 der Halswirbelsäule. Und der Musculus Pectoralis Minor setzt am Prozessus Coracoideus an. Schauen wir uns doch den flächenhaftesten Muskel des Körpers an, den Latissimus Dorsi. Welche Aussagen treffen zu? Ein Ursprung liegt am Osacrum. Ein weiterer Ursprung liegt an der Fascia Thora Columbalis. Weiters entspringt der Latissimus Dorsi auch von der Christeliaca und der 10. bis 12. Rippe. Stimmt es, dass auch ein Ursprung am Trochanter Major liegt und der Ansatz die Spina Scabula ist? Stimmt es, dass der Musculus Teres Major dieselbe Funktion wie der Latissimus Dorsi hat? Stimmt es, dass der Latissimus eine Adduktion des Armes, Retroversion und Innenrotation macht? Stimmt es, dass der Latissimus Dorsi ein Atemhilfsmuskel für die forcierte Expiration macht? Stimmt es, dass der Latissimus Dorsi eine Elevation und Außenrotation macht? Ich hoffe, ich konnte euch wieder beim Lernen unterstützen und wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Prüfungen. Und bitte nicht vergessen, die Videos zu liken und weiterzuleiten.